Ja, Linsmeier, hallo, Polizei, Inspektion 45, Abschnitt Weste. Also wir haben jetzt gerade Betäubungsmittel gefunden bei Herrn Polak im Auto und er hat angegeben, dass Sie das auf Rezept rausgegeben haben. Das ist das ***. Warum muss das mit THC behandelt werden? Was ist da der Vorteil? Zur Beruhigung. Und warum haben Sie Herrn Polak 300 Gramm verschrieben? Das ist ja außergewöhnlich hoch, deswegen kommen wir halt drauf. Das ist über das Jahr verteilt, der soll sich das aufteilen, das war die Abmachung. Der soll natürlich nicht alles auf einmal weghauen, sondern...